Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077, ich weiss, ich habe eigentlich gesagt wir würden in der Story weiterfahren, allerdings war jetzt hier in der Nähe noch ein Nebenmissionenauftrag und da dachte ich mir könnten wir uns das kurz anschauen und deshalb bin ich da schon mal hingefahren. Um zu sehen, was es hier so gibt. Waren wir hier schon mal? Ich weiss gar nicht, es ist irgendwie ein Park unter der Autobahn hier. Boah. Sieht irgendwie nice aus. Wait. Waschbrett NCPT Kleidung? Habe ich das richtig gelesen? Nein, CPD Aramid Kraugen. Polizeischutzweste. Okay, interesting. Kurz mal die Atmosphäre hier mitnehmen, die ziemlich geil ist. So, ich habe kurz ein paar Einstellungen geändert. Ich glaube es sieht ein bisschen besser aus, weil vorhin war es sehr überbelichtet. Und ja, ich... ...schau mir das Ganze hier noch ein bisschen mehr an. Hier drüben gibt es schon wieder eine Kiste. Oder irgendwas. Was? Bist du ein Special Charakter? Nö. Doch. Kieff ihm... Kieff ihm bo... Bulls. Wieso hast du einen Namen? Da gibt es auch was. Da drüben gibt es auch noch was. Da drüben gibt es auch noch was. Tun concealed. Er, der Splitter war vor. Es sind auch besiegelt. Ja. Da drüben orbiting sie. Eine Musik. Wo ist der Witcher? Das ist auch ein Spiel, was ich irgendwann mal noch spielen muss. Unbedingt. Ich glaube, das könnte mir auch ziemlich gefallen. Weil eigentlich bin ich auch ein ziemliches Skyrim-Fan. Habe ich früher sehr lange mal gespielt. Aber nie zu Ende gebracht. Vielleicht wird das auch irgendwann noch hier auf dem Kanal folgen. Irgendwo da drüben. Aber ich laufe jetzt mal weiter hier auf dem Weg. Ist irgendwie cool hier inmitten der Stadt so einen riesigen Park zu haben. Seltsamer Mönch. Ich brauche das wirklich. Was ist das? Woher will der wissen, dass wir offen zu neuen Sachen sind? Naja, kann ja nichts schief gehen. Du bist der Grund. Alles, was du musst machen, ist es herauszufinden. Bist du bereit? Ein Moment. Ich werde dir ein Meditativ-Brain-Danz, dass du freiwillig bist. Du kannst mir wie viel du möchtest. Doch, doch. Okay. Ich bin gespannt. Ich werde mich nicht mehr verbunden. Ich mache mich von den Lüfen und Söpfen, Angst, Schädel und D Q器gen! Ich werde mich von den�igen Energie aus den Nenigen. Ich werde mich die Energie und die Lebens-Bürgüsse werden. Ich werde mich von den Nenigen, dass ich mich von den Nenigen, zwischen den Nenigen und Sönke. We walk the earth, through meadows, nature in full bloom, we remove our shoes, feel our bare feet touch the soil, we absorb the earth's energy, we sense joy, tranquility, lightness, purity, our heart and soul, we walk the earth, a butterfly rests on blooming flower, bees are gathering nectar, warmth and joy surrounds us, our legs absorb the earth's energy, filling every cell of our bodies, our souls and spirits are cleansed. We thank you mother earth, with our mind, body and soul, there is no life without you or the other elements. Wow. That's very amour interessant. Imagine, Mission abgeschlossen. Das war ziemlich interessant und er hat mich ehrlich gesagt ein bisschen daran erinnert, von früher in meiner Kindheit, ich hatte damals so eine CD und die habe ich manchmal in der Nacht abgespielt, bei der eine Stimme sagte, man soll sich entspannen, man soll die Hände und Füsse vom Körper abstrecken und so weiter und so fort sich völlig hingehen. Hat mich ein bisschen daran erinnert. Auf jeden Fall interessant. Interessante Erfahrung, vielleicht werden wir ihn ja irgendwann nochmals treffen. Ich bin gespannt. ganz kurz mal schauen, was sind wir hier. Hier neben Corporal Plaza. Es ist mir noch nie aufgefallen, dieses riesiges Stück Grün in der Mitte der Stadt. auch ein bisschen was vom Central Park in New York. So mitten zwischen Wolkenkratzen und Beton und Teck und Blüden. auch wenn es ziemlich heruntergekommen ist, trotzdem eine schöne Abwechslung mal. Und hier gibt es irgendwie sehr viel Stuff zum Einsammeln. Vor allem guter Stuff. Sicherlich auch irgendwelche Secrets, die man vielleicht finden könnte. Hier ist das Tigercloth. Hier ist das Tigercloth. Valentinos. Die mit denen sind wieder, glaube ich, befreundet. Ich sollte uns keinen Ärger machen. Hat irgendwie was hier? Übel voll im Gange. Machen wir doch gleich noch kurz. Es ist nur eine kleine Zahn. Das ist Hacke. Let's sign up for this shit! Die! So, das waren glaube ich hier Genade. I'm a fucking wipe you! Oh, das waren Poliziers, shit. Ich dachte, die gehört hier auch dazu. Aber die sehen sich schon wieder los, okay. Alter! Okay, da stand mal ein Tisch, theoretisch. Schön wieder irgendwelche Zivilisten abgeschlachtet. Wie immer natürlich. Geht ja nicht ohne. Okay, da kommt man gar nicht rein. Schade. Ähm, hier. Shop. Danila. Ich hab da einen Job. Einer direkt von den Wählern. Die erste vom Stadtrat. Wollen Leute an der Hanford auf die Strasse setzen. Und das Gebäude sprengen. Hab mich umgehört. Sieht aus, als ob Allfoods dahinter steckt. Wollen an der Stelle einen neuen Laden aufmachen. Hab ein paar Addys investiert. Um einen gewissen Tim Hutchinson rauszusieben. Schnapp dir ein paar Jooms und geh mit ihm reden. Damit keine Missverständnisse aufkommen. Der Typ soll lebend aus dem Gespräch rauskommen. Aber nur knapp. Fatima. Ich habe etwas, das Sie wollen. Guten Tag. Sie kennen uns nicht, aber wir kennen Sie. Wir haben Sie in den vergangenen Tagen beschattet. Unerkannt, wohlbemirkt. Wir haben Sie zu Ihrem Büro begleitet. Zum Rathaus, zum Mall und zu diesem unauffälligen kleinen Laden in Little China gegenüber dem Tätowierer. Wir haben ein paar Aufnahmen davon, wie Sie dort ein- und ausgehen. Und was Sie darin veranstalten. Vielleicht hätten Sie Interesse daran, diese Aufnahmen zu erhalten. Ich bin mir sicher, die passen perfekt in Ihr Familienalbum. Kommen Sie zu den angegebenen Koordinaten. Alleine und unbewaffnet. Wir warten dort genau 5 Minuten. Danach werden die Aufnahmen an Ihre Familie und Ihre Kollegen geschickt. Amateurfotograf. Ich habe mich gedacht, das war der Typ, der theoretisch lebendig hier rauskommen sollte. Das leider nicht passiert. Kann ich mal den Junk verkaufen. Was das hier ist, habe ich keine Ahnung. Verkauf ich jetzt einfach mal. Verkauf ich jetzt auch mal. Ich hätte einen Kapitel auf das, in der Server zu verbraten. Arbeit mit dem Ausatmen, immer so einfach zu halten, aber es wurde noch nicht so viel länger machen. Wie es wird das. Also, das hört sich berückschern, wie es etwas nicht so viel länger machen. Ich würde mich nicht. Und ich wäre das. Ich würde mich mal nicht. Ich würde mich gerne. Es wäre mir das. Ich würde mich nicht. Wir haben ziemlich viele gute Waffen Die ich mal vielleicht aussortieren sollte Auch Kleider Ja, mal schauen Aber Das war's erstmal für diese Folge Unser Park 20 Okay, komm Noch kurz hier diese Gegenstände Hereinsammeln Hier war doch grad noch irgendwas Violettes Da Dieser Park ist Spannend zum Looten Ja, wie gesagt Das war's für diese Folge von Cyberpunk 2077 Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss I got you In 2077, they voted my city the worst place to live in America Main issues, sky-high rate of violence And more people living below the poverty line than anywhere else zum nächsten Mal Tudo ăn Dassel Die Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 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 2077. Samurai. We have a city to burn.